Wenn der Wochenende die Masse in die Fußballstadien zieht, da kann ich es nicht lassen, mich zieht zum Wenzel hin. Die Stimmung ist dort ganz verlos, wie kann's auch anders sein. Und geht das Spiel dann richtig los, stimmen alle mit mir ein. Olé, 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 olá, der FCK ist wieder da. Olé, 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 olá, die roten Teufel sind ganz wunderbar. Jetzt darf ich Sie hier begrüßen in unserer Walder-Elf-Lounge, wo wir heute Abend diesen Schinken, 2,3 Kilo oder etwa 2 Kilo schweren Schinken begrüßen werden. 3 Jahre Recherche, 2 Jahre Schreibarbeit, jetzt muss man sich mal überlegen, da gibt es ja auch so viel Zeit mit und mit Covid. Und jetzt möchte ich Sie Kaiserslautern zusammenstellen. Als damals während Bayer und ich auf dich zugekommen sind, ob du mitnehmen möchtest, der erste Gedanke. Wow. Deswegen war das schon natürlich ein Traum und ein Buch über meinen Verein zu schreiben. Die roten Teufel sind ganz wunderbar. Bleibt im Spiel mal nichts zusammen und es will und will nichts gehen, so wollen wir doch entschlossen hinter unserer Mannschaft stehen. Wenn am Schluss wir am Dorf-Zieger sind, dann gibt es allen klar, solange es in Deutschland Fußball gibt, gibt es auch die FCK. Ole, Ole!